ja hallo leute herzlich willkommen wieder bei hydraulic is trying more heute mal ein anderes video keine abkant fresse kein kran sondern heute nehmen wir mal den stapler der hat ich glaube 16 tonn eigengewicht und da werden wir mal mit den hartgummi reifen über ein paar sachen fahren und mal gucken wie die aus sind wenn wir mit rüber gefahren sind und 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 Boah! Ich bin ja die Arbeit nicht mehr auf, oder? Ja. Der nächste Kandidat in der Ruhr, mal sehen, was passiert. Joa, das war die Uhr. Mehr ist nicht übrig geblieben? Nö. Ein bisschen Zifferblatt, das müsste auch irgendwo hingeflogen sein. Die läuft! Ja, geht noch. Die Funkkamera auch. Also, ein Qualitätstest mit Dualic Destroyer Bestanden. Fünfte, 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 fünfte und läuft. Gibt es ein paar Lollis? Joa. Ja, das war's mit dem Video für heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht uns zu abonnieren. Und nicht vergessen uns zu teilen. Genau, teilen auch immer gut. Ja. Bis dann, haut rein! From направ den Regalen Terminator blue. Bis dann hier, über den Regen. Bis dann. Bis dann.